Ok was kann man hier eigentlich sonst noch machen das ist jetzt ein echter Schachtisch Gern ja genau üben bisschen Schach spielen wieso eigentlich nicht kommen wir üben einfach mal ein bisschen Schach Oh äh hallo Hilfe ich bin gefangen in einer Wand so jetzt habe ich das überhaupt noch drauf mit Schach und zweiter guter Zug ich hab jetzt einmal kurz die Taskleiste hier weggegeben aber ich hab ganz vergessen dass man ja nicht zu mir kann wenn man diese Taskleiste weg hat weil wenn ich jetzt so mache dann kann ich leider nicht zu mir aber ich kann die Welt alter ist das geil ich kann hier rumschauen ich bin Gott ich beobachte euch alle jeden verfickten einzigen ich bin für dich schon cool irgendwie O2 schon zu Ende gespielt die jahre sie entspannt sich wirklich sehr an das bin ich hier möglichst sehr okay Moment das hier ist jetzt Männer Toilette ne ja habe ich richtig gehofft gesagt warte mal Männer ach so na das ist Alter was habe ich mit den ich hab doch nicht gewusst dass da vier Türen sind wozu braucht man bitte zwei Türen ist ja komisch ich hab gedacht das wird Frauen sein und das ist Männer und dabei ist das Badefrauen und da ist erst Männer ja das also das ist echt ein Rätsel jedes Mal ich versuche es ja irgendwie dazu zu ach ist ja egal ist ja auch egal was kann man eigentlich mit sich selbst machen unterhalten rappen vertrinkgeld rappen raum sondieren aufbrezeln komm brezeltrichtern hmmm hmmm oh sind meine Zähne okay ja ich bin wirklich sehr eine hübsche Frau oh hmmm bin ich hübsch so selbstverliebt posieren stillstehen Hände an Hüfte verschränkte Arme Ohrenwedler Muckis Anna und Muckis Friedenszeichen Peace mein Freund Schneidersitz Winken Ta-da Daumen hoch ihr könnt mir auch einen Daumen hoch zu diesem Video geben okay ähm Foto machen wohl eher Selfie aber das war ja vorher nicht so Vögel beobachten oder springen sei leicht komm dann wollen wir mal ein bisschen die Vögel beobachten ach dazu muss man aufstehen natürlich ach so okay Fernrohr ein Fernrohr hmmm ein Rabe ein Rabe fliegt hier durch die Luft hmm mal sehen wo gibt es hier Vögel auf den Himmel hmm ich sehe hier irgendwie keine aber ich sehe eine Frau die gerade er in den Pool steigt was hat sie vor wow sie ist betrunken sehr gut auch eine gute neue Nachricht heute tja aber Vögel gibt es irgendwie keine komisch tja laut der Sims gibt es ach ein Kakadu und ein und ein Rotkäppchen ne alter als als würde hier ein Kakadu hier rumfliegen alter ihr habt sie ja ihr habt sie ja nicht mehr alle ist ja wohl eine super tolle und schöne Idee aber ganz ehrlich Kakadu hier ne vor allem in dieser Nachbarschaft und außerdem ist es Herbst nein hallo Leute nein es gibt kein Kakadu es gibt kein Kakadu ja habe ich ja gesagt Anna also bin ich hungrig du Schwuchtel ach so ja wenn du nicht hungrig bin ich äh da Schwuchtel gell warte hier muss man kaufen gell ach so das ist ja kein Kühlschrank ja eigentlich schon aber ja hätte mich jetzt auch gewundert alter die Wellen weil okay äh ja dann müssen wir jetzt wieder nach Hause reisen weil ähm oder gibt es hier irgendwo ein Restaurant ich glaube in dieser Nachbarschaft nicht aber angeblich angeblich kann man auch andere Nachbarschaften noch ähm besuchen außerhalb nur dafür gibt es dann einen extra Ladebalk natürlich wieder ja anderes Grundstück warum kriegst du ab Mädchen warum warum wie keine Interaktionen willst du mich jetzt verarschen ich kann nicht kein Taxi rufen ach so sie wird hier essen ja okay dann ganz vergessen dass es hier auch Hot Dogs gibt's mhm lecker lecker Hot Dogs hey seid ihr eigentlich schon nochmal geflogen so richtig irgendwo hin weiß ich nicht auf eine Insel oder so ja ja es ist mir schon einmal passiert also in meiner Kindheit bin ich oft immer nach Australien oder oder nach Amerika gereist mein Gott war das eine schöne Zeit ja sehe ich ich habe es irgendwie mit ähm ich bin mit dem Zug gefahren ja ja ist auch schön mit dem Zug zu reisen ist auch ähm äh schön aber aber mit dem Flugzeug geht es viel schneller viel viel schneller ja okay es geht vielleicht schneller aber aber mit einem Flugzeug hast du halt eben auch ein Risiko ich habe in den Nachrichten gelesen dass jetzt hier vor kurzem wieder in dein Flugzeug abgestürzt ist dass die nach New York reisen wollten ach wirklich ach New York New York New York ich würde auch gerne mal nach New York reisen ja bludern hier gerade über reisen und so ist ja auch ein schönes Thema das Erweiterungspack reisen ist ja auch wieder mit dabei vor allem für die Mädels passt diese Musik ja perfekt und das ist ja auch fertig mit dem Essen ja kannst du jetzt sein nach Hause irgendwie ja Taxi rufen mach schnell jetzt gehen wir mal wieder nach Hause ne weil jetzt haben wir den geschnallt weiter wenn man schnell vorspielt dann Rucke das Spiel ein bisschen war so und die Gehe Dorf und Florentum 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 das ist das perfekte Hip Hop einfach so wieder nach Hause reißen und ich werde jetzt mal gleich eine Aufnahmepause machen liebe Zuschauer jetzt habe ich ja schon wieder über eine Stunde aufgenommen jetzt am eigentlich in Samar dann eigentlich genau dann eine zumal dann genau eine eineinhalb Stunden und das reicht dann auch Entschuldigung so ähm schon wieder ein Zettel äh ne Zeitung so jetzt hab ich's aber Flugzeug basteln das können wir eigentlich noch jetzt sein wo Alter der ist aber schnell zusammengefaltet die ist ja flink drauf ich hoffe wo Flieger Apropos Flieger wegen des wegen dem Gespräch mit der Frau das Flugzeug stürzt ab auf dem Weg nach New York stürzt das Flugzeug einfach so ab mitten im Atlantik ja diese Vorstellung wäre aber eigentlich nicht so gut warum ich das hier eigentlich mache sorry 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 ja und das Flugzeug hier jetzt einfach hier so liegen lassen natürlich Anna hat heute frei ach die hat heute frei man schade jetzt müssen wir schlafen gehen bei einem freien Tag frei also bei einem bei einem freien Tag schlafen ist auch egal komm schlafen schlafen ist doch wichtig schlaf ist wichtig so wenn sie jetzt schlafen geht dann wird er ja wahrscheinlich jetzt nach klein nach Hause kommen ne schon wieder ein Hund was ist das denn für ein Hund eigentlich ist das auch so ein süßer uch muio Schatz oh Schatz wie süß ich kann leider nicht dran zoomen oder so das ist das ist Stacy die Stacy also eine Hündin oh hübsch keine Ahnung was das für eine Rasse ist wer sich mit Hunden auskennt einfach mal in die Kommentare schreiben was das jetzt eigentlich für ein Hund sein soll huch hallo der rennt doch nicht schon wieder weg oder ach das ist so süß davon muss ich auf dem Foto machen und so so perfekt wer ist jeder Rosalinde Baum achso ok Rosalinde ja wenn es die Rosalinde ist ja dann 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 so Anna schläft tief und fest schon irgendwie immer mit halb geöffneten Augen das ist so komisch bei den Sims irgendwie ein Grafikfehler oder so so und Thompson wie lange muss der eigentlich arbeiten Moment der ist immer noch auf Arbeit oh ihm geht es überhaupt nicht gut die Hygiene au er stinkt er stinkt so richtig Akten sortierer bis 16 Uhr ach so der kommt jetzt gleich heim da warte ich noch und dann werde ich mal die Aufnahmepause mal machen so jetzt ist er ja wieder da puh alter ich glaube er ist echt erschöpft 148 Simoleons hat er verdient kann ich auch verstehen dass er jetzt irgendwie oh was habe ich jetzt da gerade gemacht decke ein oder aus so nah aus keine Ahnung und jeder duschen jawohl so müssen vorspulen so fertig jetzt bist du wieder frisch und dürftend mein Junge schon wieder in 100 das gibt so gar nicht gibt so viele Hunde mal der ist auch süß das ist doch ein Labrador oder ist das ein Labrador ich glaube das ist ein Labrador ich glaube das ist ein Labrador so aber jetzt haben jetzt haben wir echt wirklich ja eine Aufnahmepause da wird jetzt dann einfach mal ein bisschen Fernsehen Hunger hat er ja eigentlich nicht da kann sich jetzt mal ja einfach mal Fernsehen und während die Anna jetzt entschläft und äh da Thompson jetzt einfach mal ein bisschen Fernsehen schaut werde ich jetzt einfach mal die Aufnahme beenden also eine Aufnahmepause machen und er sieht sich irgendwie so ja Häschen an und der Hund dahinten keine Ahnung was der vor hat was der Hund also was der Floh was der Floh morgen irgendwie vor hat das werden wir dann in der nächsten Aufnahme und in der nächsten Folge erfahren ich werde jetzt einfach mal zusammen mit euch speichern das habe ich das letzte Mal vergessen beziehungsweise mit euch habe ich das vergessen da unter Punkt, Punkt, Punkt hat man halt eben dann speichern so speichert Grundstück das dauert nicht allzu lange so und jetzt sind wir fertig auf jeden Fall wieder vielen Dank fürs Zuschauen liebe Zuschauer und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder bei die Sims 2 bei den Wondas Dankeschön Tschau guck mal guck guck Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017